Die Leitfähigkeit eines Elektrolyten ist ein Maß dafür, wie schnell sich die Ionen darin bewegen. Wir wollen uns jetzt die Situation mikroskopisch vorstellen. Wie groß ist denn die Geschwindigkeit von Ionen? Wir betrachten ein Kation im elektrischen Feld. Wir haben eine elektrische Feldkraft hier grün gezeichnet mit der Größe Z mal E mal E. Das Ion wird beschleunigt in Richtung Kathode. Dadurch das Ganze in einem viskosen Medium abspielt, kommt die Reibungskraft ins Spiel. Nach Stokes ist die Reibungskraft in einem viskosen Medium bei laminarer Strömung 6 Pi Eta R mal V. Nach kurzer Zeit stellt sich Gleichgewicht zwischen den beiden Kräften ein. Wir haben eine konstante Driftgeschwindigkeit V. Die Driftgeschwindigkeit V hängt von der Feldstärke E ab, sowie von einigen Parametern des Ions, welche wir zusammenfassen können zur Beweglichkeit u. Diese Beweglichkeit u, die uns sagt, wie schnell sich ein Ionen im elektrischen Feld E bewegt, ist nichts anderes als die entsprechende Ionenleitfähigkeit lambda dividiert durch die Faraday-Konstante. Das gilt für Kationen wie für Anionen. Erwartungsgemäß haben auch bei der Beweglichkeit die Protonen und die Hydroxidionen eine Sonderstellung. Diese Ionenbeweglichkeit oder Ionenleitfähigkeit spielt auch bei der Diffusion eine Rolle. Diffusionskoeffizient d ist proportional der Ionenleitfähigkeit lambda. Da die Beweglichkeit von Kationen und Anionen in der Regel unterschiedlich sind, messen wir bei Diffusionsexperimenten einen mittleren Koeffizienten. Ionenbeweglichkeiten können experimentell aus Geschwindigkeitsmessungen ermittelt werden. Man benötigt in der Regel gefärbte Ionen, deren Wanderungsgeschwindigkeit im elektrischen Feld vermessen wird. In der Elektrophorese wird die Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen als analytische Größe benutzt. Ionen in einem Elektrolyten bewegen sich in einem elektrischen Feld mit konstanter Driftgeschwindigkeit. Die elektrische Feldkraft, die auf die Ionen wirkt, ist genauso groß wie die rücktreibende Reibungskraft. Die Professionalitätskonstante zwischen Driftgeschwindigkeit und Feldstärke nennt sich Beweglichkeit U. Aus der Beweglichkeit können hydrodynamische Radien ermittelt werden. Die Professionalitätskonstante zwischen Driftgeschwindigkeit und Driftgeschwindigkeit www.btistv.de